Walter Russell Podcast mit Dagmar Neubrunner, Geheimnis des Lichtes, Kapitel 8, Teil 3 Empirisches Wissen Die gegenwärtige Zivilisation des Menschen ist auf der Grundlage empirischen Wissens errichtet, das der Mensch durch seine Sinne erlangt hat. Was ist nun empirisches Wissen? Im Wörterbuch wird es so definiert. Mit anderen Worten, das sogenannte Wissen, auf das sich der Mensch verlässt, gründet sich auf die Informationen seiner Sinne oder einfacher gesagt auf die nicht vorhandenen Bewegungswellen einer nicht vorhandenen Stofflichkeit. Diese Tatsache erklärt, warum die Menschheit bis jetzt praktisch kein Wissen hat. In seinen Tagen als Amöbe und im Dschungel lebte der Mensch ein rein sinnesgesteuertes Sein. Seine Körperzellen wurden vollständig über den instinktiven Fluss durch die Lichtfäden gelenkt, die sich direkt vom Schöpfer zu ihm erstreckten. Der Mensch ist noch jung. Nach Millionen solcher Jahre hat der Mensch gerade ein paar tausend Jahre hinter sich, in denen sein keimendes Bewusstsein eine leise Ahnung seines spirituellen Erbes in ihm erweckte. Seit die ersten Boten Gottes auf der Erde erschienen, um diesen aufglimmenden Bewusstseinsfunken in ihm anzufachen, beruht der Fortschritt der Menschen auf sinnlich gewonnenen und in Form von Erinnerungen in seinem elektrisch arbeitenden Gehirn gespeicherten Beobachtungen. Aus diesen Beobachtungen hat er durch ein elektrisch empfängliches Gehirn Schlussfolgerungen gezogen. All diese Schlussfolgerungen, die auf den Informationen der Sinne beruhen, tragen Elemente von Täuschung in sich, wie sie allen Auswirkungen von Bewegung in diesem dreidimensionalen Universum der Illusionen eigen sind. Mancher dieser Illusionen ist sich der Mensch bewusst, zum Beispiel denen der Perspektive. Dem Menschen ist klar, dass Eisenbahnschienen nicht am Horizont zusammenlaufen, aber ihm ist nicht bewusst, dass alle Wirkungen von Bewegung etwas anderes sind, als sie zu sein scheinen. So wird er zu Schlussfolgerungen verleitet, die keinerlei Bezug zur Natur haben. Man kann kein Wissen um Wirkungen haben, denn alles Wissen liegt in der Ursache. Unsere neuen, grundlegenden Gesetze und Prinzipien müssen auf dem Wissen von der Ursache aufbauen. Gesetze auf der Grundlage von Illusionen Newton zum Beispiel wusste eingestandenermaßen nicht, was Gravitation ist, schrieb jedoch Gesetze darüber nieder, die auf seiner Beobachtung dessen basierten, was die Schwerkraft mit einem Apfel machte. Auch schloss er daraus, dass der Mond auf die Erde fiele, wenn er sich nicht bewegen würde. Er bewies dies sogar mathematisch, uneingedenk der Tatsache, dass dieselben mathematischen Formeln für jeden Satelliten, Planeten und Stern am Himmel gelten müssten, wie auch für jedes Elektron in jedem Atom, die ja alle nicht in ihren Ursprung zurückfallen. Beobachter natürlicher Phänomene errechnen immer noch das Alter des Universums und das Gewicht der Erde. Das Universum ist ohne Alter, es hatte keinen Anfang. Ebenso wenig hat die Erde Gewicht in Bezug auf irgendetwas anderes im Universum. Jeder Himmelskörper steht in vollkommener Balance mit jedem anderen. Ja, ich denke, was Walter Russell hier beschreibt, ist richtig, unabhängig davon, dass wir heute gerade anfangen zu erkennen, dass unter Umständen die Geschichte ganz anders abgelaufen ist, als wir das so denken und wir gar nicht auf dem Gipfel unseres Wissens sind, sondern es schon viel höher entwickelte Zivilisationen hier gab und wir eigentlich gerade in einem ziemlichen Kali-Yuga-Tal uns wieder herausarbeiten aus diesem Tal. Trotzdem ist es ja so, dass das, was wir hier benutzen als menschlicher Körper, eine lange Entwicklung hinter sich hat und dass wir eben tendenziell uns früher, egal wie man jetzt dieses früher fasst, viel mehr haben führen lassen, ohne selbst das zu reflektieren, sondern wir sind unseren Instinkten gefolgt und wir sind dieser inneren Anbindung an das Göttliche, an den Schöpfer gefolgt, aber so wie meine Hühner das tun. Die haben da eigentlich gar keinen Freiheitsgrad und sie reflektieren das nicht, sondern sie tun einfach das, was in ihnen angelegt ist und laufen die ganze Zeit wirklich am Benzel, am Faden ihres kollektiven Bewusstseins und dem, was darüber geordnet ist, bis hin eben zum Schöpfer. Und indem wir, ja, und wieder fange ich an mit meinem Computerbild, indem wir in unserem Pixelmännchenkörper reflektieren, dass das nur eine Illusion ist und dass wir die Möglichkeit haben, uns darauf zu besinnen, dass wir eigentlich eins sind und dieser Körper nur eine Ausstülpung ist von demjenigen, der vor dem Computer sitzt und der das ganze Spiel geschaffen hat, haben wir eben ganz andere Möglichkeiten und werden wirklich zum Mitschöpfer und sind nicht mehr bloßes Geschöpf. Und ob da jetzt wir schon ein paar Schleifen in mehreren Zivilisationen gedreht haben und ob es jetzt 100.000 Jahre sind, wo Menschen schon bewusst waren oder ob wir von anderen Planeten und Galaxien hier vielleicht gezüchtet worden sind oder was auch immer, das sind alles jetzt für die Fragen, über die Walter Russell hier spricht, Detailfragen. Denn es geht die ganze Zeit nur darum, zu klären, einfach zu klären, was ist real. Und real ist eben nur die ruhende Quelle allen Seins und der Rest sind Abdrücke des Denkens, was sich aus diesem heraus bewegt. Und das ist alles elektromagnetische Bewegungen in Aktion und in Wechselwirkung und nicht die Ursache. Das Beispiel mit den Eisenbahnschienen, von denen wir eben empirisch überprüfen können, das wissen wir ja, ja klar, die laufen nicht zusammen, obwohl unser Auge uns das ganz zweifelsohne mitteilt, finde ich absolut genial. Und auch hier muss ich, tut mir leid, wieder an eine Aussage von Rudolf Steiner denken. Und zwar in der Embryologie hat er dann mal gesagt, ja, unser ganzes Wissen über das Weltall und die Größe des Weltalls zum Beispiel ist etwa so, wie wenn wir einen menschlichen Embryo am dritten Tag nach der Befruchtung messen würden, wie groß er ist und dann nochmal eine Woche später und würden dann ausrechnen, wie groß er dann in 20 Jahren ist. Und ja, das ist uns dann auch klar, dass keiner empirischen Überprüfung standhalten würde. Aber wir können eben diese grundsätzlichen Fragen nicht empirisch überprüfen. Bei den Eisenbahnschienen und beim Embryo weiß jeder, nee, nee, der wächst nicht so schnell weiter und die Eisenbahnschienen, die laufen ja doch parallel und so. Aber es gibt ja die Fragen, über die wir hier reden, die sind ja unserer empirischen Wahrnehmung nicht zugänglich, weil es ja hier um die Ursachen geht. Und das heißt, da nützt uns das alles nichts, sondern was uns dann nützt, ist nur uns mit demjenigen außerhalb des Spiels zu verbinden und uns davon inspirieren zu lassen. Ja, ich finde es total genial. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal.